Und hier kommt die Mannschaftsaufstellung der SG Bernheim Grünweiß. Mit der Nummer 1 sind Frau Andrew Cave. Mit der Nummer 2 Aljoscha Richter. Mit der Nummer 4 unser Kapitän Paul Schmanke. Mit der Nummer 5 Luis Cordes. Mit der Nummer 7 Dennis Forschat. Mit der Nummer 10 Tech-Gute-Melde. Mit der Nummer 11 Yannis Cordes. Mit der Nummer 12 Oktay Poulot. Mit der Nummer 16 Manuel Elford. Mit der Nummer 17 Moritz Schneider. Und mit der Nummer 21 Roberto Martins Pereira. Und die Alternativen heute auf der Bank. Unser Ersatztorwart. Mit der Nummer 30 Gianluca Colombo. Mit der Nummer 3 Nabi Cabous. Mit der Nummer 6 Leon Malch. Mit der Nummer 8 Benjamin Beute. Mit der Nummer 9 Marius Troll. Mit der Nummer 18 Lennart Lampe. Mit der Nummer 19 Niklas Troll. Mit der Nummer 20 Aki Sikilis. Und mit der Nummer 23 Arvin Asle. Mit der Nummer 1 mitzv gradient. Mit der Nummer 23 Aki Sikilis. Mit der Nummer 3 Sikilis. Mit der Nummer 30 Aki Sikilis. Jetzt ist die vierte Spielminute Tor für die SG Bornheim und wir bedanken uns bei unserem Spieler mit der Nummer zwölf Oktay Bulut. *** Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Halbzeitstand Eske Bornheim-Grün-Weiß gegen den FSV Frankfurt 1 zu 5. Wie immer beim Einsatz unsere Jungs. Das sind die Fans von der SG oder von der FSV? Wow. FSV. FSV, jawohl. Also die FSV sind genauso gut wie wir. FSV. FSV. Hauptsache Bornheim. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank. Jetzt Achtung. Es ist die 60. Spielminute. Tor für die Eskei Bornheim. Und wir bedanken uns bei unserem Spieler mit der Nummer 21, Roberto Martins Pereira. Tor für die Eskei Bornheim. 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 gegen den Eckersburg Frankfurt. ... Danke an den Förderkreis nochmal. Schönes 2019 wieder, Jungs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.